So, da sind wir wieder hier bei Minecraft im Let's Build Hogwarts. Ja, wir sind ja zuletzt, haben wir hier aufgehört in unserem Bett und sind jetzt natürlich wieder total tatendurstig und möchten natürlich direkt weitermachen. Seit der letzten Aufnahme, die letzte Aufnahme habe ich komplett an einem Tag gemacht. Ich muss jetzt mal ganz kurz ein bisschen gucken, wie wir vorangekommen sind. Ähm, da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz so sicher. Ich weiß noch, wir haben hier unseren unendlichen Brunnen aus Wasser gemacht. Lava geht leider noch nicht ganz, da haben wir nur einen Eimer gekriegt. Ähm, fehlt leider noch einer, das werden wir aber auf jeden Fall auch noch hinkriegen. So, das Spiel läuft wieder sehr schön flüssig, das freut mich. Und da würde ich sagen, machen wir nochmal ein bisschen Terraforming, solange uns die Zombies noch nicht auf den Sack gehen. Ich werde jetzt nochmal ein bisschen verrottetes Fleisch fressen. Vergiftet werde ich ja sowieso, aber dann kriege ich wenigstens noch ein bisschen Leben dazu, bevor ich jetzt krepiere. So, unsere Ernte sieht auch nicht ganz so schlecht aus. Genau, ich werde jetzt erstmal ein paar Samen pflücken. Das ist auch keine schlechte Idee. So, damit wir nämlich jetzt die ganzen Samen aus diesen Dingern hier rausbekommen. Da haben wir auch schon den ersten, den zweiten. Perfekt. Den dritten. So schwer ist das ja zum Glück nicht. So, dann werden wir gleich hier noch ein paar Bäume roden. Oh, da ist wieder ein Schaf. In den letzten Parts haben wir ja rausgekriegt, dass die Schafe hier wirklich nicht gerade selten sind. Was mich auch persönlich sehr, sehr freut. Denn, ähm, ich denke, wir werden irgendwann mal bestimmt auf Wolle zurückgreifen müssen. Und wenn wir dann die Möglichkeit haben, schnell an Wolle zu kommen, ist das natürlich eine super Sache. Weil sonst müssten wir natürlich die halbe Welt durchsuchen nach Schafen und denen dann immer das Fell klauen und so. Ist ziemlich langjährig und, äh, wird wahrscheinlich dann einige Folgen, äh, verschlingen. Und für euch ist das wahrscheinlich dann auch nicht so interessant. Deswegen, jede Schaft, was wir jetzt sehen, nehmen wir auch direkt mit. Haben wir dann keine Probleme mit später. Und jetzt gerade laufen die uns ja quasi in die Schere hinein. So, ich darf nur nicht die Orientierung hier verlieren, wenn ich mich so oft drehe, dass wir nicht unser Haus verlieren. Ich hab zwar schon ein Bett gebaut und bin da rein schlafen gegangen. Das heißt, wir sind da sozusagen in der Safe Zone, die wir uns da angelegt haben. Aber ich möchte es auch nicht drauf ankommen lassen, um ehrlich zu sein. So, wir haben jetzt neun Samen. Kann sein, dass das schon... Ja, ich glaub nicht, dass das reicht. Blumen nehmen wir auch nochmal mit. Sagte ich ja schon, wir nehmen ja immer alle Rohstoffe mit. Und wir nutzen unser Gebiet, was wir hier bekommen haben, direkt aus, damit wir später einfach keine Probleme bekommen. So, die pflanze ich jetzt auch nochmal kurz ein. Vier Stück. So, zwei bräuchte ich noch. Komm, die sammeln wir noch schnell. Dann haben wir das hinter uns. Können die Felder jetzt erstmal wachsen. Und dann machen wir uns nachher daraus schön Mehl und machen uns daraus Brot. Lecker Brot. Das können wir dann in unserer Mittagspause beim Bau von Hogwarts immer essen. Da haben wir eins. Noch einen brauchen wir. Na komm, ein bisschen. Dann haben wir auf jeden Fall einen Nachschub an Essen. Können dann auch natürlich direkt nachpflanzen. Wenn die Felder leer sind. Und vielleicht werde ich auch bald ein größeres Feld anlegen. Wer weiß, wie schnell wir immer Essen brauchen. Und da ich nie auf Peaceful spielen werde, müssen wir natürlich dann noch ein bisschen auf die Zombies aufpassen. Oh, hier ist eine Höhle. Gut zu wissen. Da kann man auch gleich mal ein bisschen nach Rohstoffen gucken. Na, wo sind denn hier die ganzen Samen? Ah, da. Perfekt. So. Dann gehen wir die noch schnell einpflanzen. Dann haben wir das nämlich auch schon geschafft. Ja, Schaf. Alles okay. Da hinten sind auch nochmal ein paar Schafe. Die schnappe ich mir jetzt auch sofort. Pflanze ich jetzt noch schnell die zwei Sämchen hier ein. Eins, zwei. Und fertig. Haben wir die zwei Felder schon mal fertig gemacht. Sieht soweit ganz okay aus. Das hier geht ja schon ordentlich ab, das Feld. Finde ich ganz gut. Dann schnappen wir uns noch eben die drei Schafe, die ich da im Augenwinkel sehe. Ja, vier sind es sogar. Und eine Spinne höre ich. Und hier scheint auch eine kleine Höhle zu sein. Die sieht aber nicht ganz so interessant aus. Oh, und da sind Pferde. Pferde habe ich jetzt hier speziell auch noch nicht gesehen. Also in unserem Gebiet hier. Auch echt nice. Ich meine, das ist ein Band. Die können wir später bestimmt irgendwie mal einsetzen. Wir brauchen einen alten Sattel. Aber das sind halt Aufgaben, die wir uns noch stellen werden. Das werden wir jetzt natürlich nicht sofort machen. Dieses Let's Play wird wahrscheinlich das längste, was es auf YouTube jemals gab. Und da bin ich mir ziemlich sicher. Es sei denn natürlich, ihr findet das Format so scheiße, dass sich kein Mensch das anguckt. Dann weiß ich nicht, ob die Motivation reicht. Ich hoffe natürlich, dass das nicht der Fall ist. Wenn ich dann nur nach fünf Monaten auf jedem Video nur fünf Klicks habe oder so. Ich weiß nicht, ob ich mir da noch die Mühe mache. Weil das ist ja auch irgendwie ein bisschen demotivierend, um ehrlich zu sein. Auch wenn mir das wirklich sehr, sehr viel Spaß macht. Das kann ich euch auf jeden Fall versichern. Das macht mir einen Heidenspaß. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, inwieweit das Ganze hinauslaufen wird. Und wie sehr oder was wir hier erreichen werden, ich bin echt absolut überrascht, wie viel Spaß mir das macht auch. Und jetzt werden wir auch erstmal hier die Bäume weg machen, damit wir hier ein bisschen Talfläche haben. Um uns quasi einen Überblick zu machen, wie viel Platz wir hier haben. Die Gegend hier ist eigentlich an sich relativ schön. Und ich denke, wir werden hier auch im Umkreis es schaffen, Hogwarts hinzusetzen. Das ist natürlich ein riesen Vorhaben. Allein die große Halle würde mehr verschlingen, als das, was wir bis jetzt freigemacht haben. Da wir natürlich alles in 1 zu 1 machen, wird das Ganze natürlich sehr, 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 sehr schwer. Und ich bin auch wirklich gespannt, inwieweit wir das umsetzen können. Weil bis jetzt habe ich das, wie gesagt, nur im Creative Mode gemacht. Keine Ahnung, ob das vergebene Liebesmüh ist, das im Survival Mode zu probieren. Weil die Rohstoffe, die man braucht, sind wirklich enorm. Wirklich enorm. Gerade das, was man an Steinen verschluckt, das ist echt nicht normal. Und ich weiß halt nicht, ob das so machbar ist. Deswegen, das ist ein Experiment, das ich quasi mit euch jetzt hier ausprobiere. Und ich bin da sehr gespannt. Was ich euch auch nochmal sagen wollte. In der ersten Folge habe ich jetzt gemerkt, ist ein kleiner Renderingfehler passiert. Das werdet ihr jetzt wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt schon wissen. Weil ihr es wahrscheinlich schon gesehen habt. Ich habe es hochgeladen, aber noch auf privat. Ich lade jetzt, mache mir erstmal so eine kleine Ansammlung an Videos auf privat, damit ich später keinen Druck habe beim Hubladen, sondern das schön entspannt machen kann. Und da ist mir aufgefallen, die Hälfte des Videos ist leider ohne Ton. Ich werde das hinschreiben, dass es mir leid tut auf jeden Fall. Ist halt beim Rendering passiert. Wird aber nicht mehr vorkommen. Also das ist ein Fehler von Camtasia Studio, der mir da unterlaufen ist. Das ist einmal, wird aber nicht mehr passieren. Das ersichere ich euch. Die nachfolgenden Videos werden auf jeden Fall immer mit Ton sein. Und da braucht ihr euch auf jeden Fall keine Sorgen machen. Die vereinzelten technischen Fehler, die ich unter anderem habe, mit dem Ruckeln oder so, die sind ab jetzt auch Geschichte. Es lag einfach daran, dass mein Speicherplatz leer war. Diese Fraps-Dateien, die schlucken alle drei Minuten fast vier Gigabyte. Wenn man die nicht rendert, heißt das. Das heißt, ich habe nach einer Stunde aufnehmen fast 100 Gigabyte verbraucht. Und aktuell habe ich 150 Gigabyte nun frei für das Let's Play. Und das heißt, ich kann ca. eine Stunde aufnehmen. Danach muss ich erstmal rendern. Das heißt, ich kann jetzt keinen Tag durchspielen und dann so eine riesen Ansammlung machen. Das geht leider nicht. Das ist immer so ein bisschen kompliziert. Ich habe jetzt letztens versucht, noch meinen PC etwas frei zu machen. Aber an sich ist es nicht so leicht. Man hat halt vielen Scheiß noch drauf, den man unter anderem sich irgendwie mal angesammelt hat. Keine Ahnung woher. Und das muss man jetzt erstmal gucken, wie man das möglichst weg vom PC kriegt. Oder ob man das vielleicht noch braucht. Oder so Antivirenprogramme. Oder so kennt ihr sicherlich. Da weiß man halt nicht, ob das sinnvoll ist, hier runterzunehmen. Ich bin jetzt kein absoluter Kenner in dem Bereich. So. Wir verziehen uns jetzt langsam wieder in unseren Atomschutzbunker. Es fängt nämlich wieder an dunkel zu werden. Die zwei Schafe hier schnappe ich mir noch. Und die Zepplinge natürlich. So, Schaf, komm her. Eins. Und zwei. Ich höre schon die ersten Viecher. Hauen wir besser mal ab. So. Ups. Die sind schon in der Höhle. So. Und weg mit dir. Puh. Okay, ich muss hier eindeutig mehr Licht hier hinbauen. Scheint, als dass das Licht dafür zu schwach ist. Als dass sie von uns hern hält. Machen wir dann gleich auch mal. Noch mal ein bisschen hier Licht. Dann dürfte das eigentlich auch klappen. Ich setze hier noch mal ein bisschen was hin. So. Ich denke, das reicht. Ähm. Ich sollte etwas essen auf jeden Fall. Damit ich... Ah, ich hab bloß Schweinefleisch, jede Menge. Also was ist jede Menge, aber genug. Hier hab ich... Ah. Holzkohle. Perfekt. Kann man jetzt auch schön unterscheiden. Das konnte man in den alten Versionen nicht. Dann nehmen wir einmal hiervon ein bisschen was rein und tun das Schweinefleisch dazu. Haben wir gleich nämlich schon mal was zu essen. Die Wolle lege ich hier wieder ab. Dann haben wir das schon mal wieder ein Stack Wolle. Also es geht wirklich schnell hier. Da haben wir noch 5 Wolle. Gut. Spinnfäden tun wir auch mal weg. Blumen haben wir hier wieder gesammelt. Und Sepplinge haben wir auch fast ein Stack voll. Gelbe Blumen. Ne, wir haben sogar 2 Stacks fast voll. Heftig. Dann noch Flieder. Genau. Und dann noch ein bisschen Birkenholz, was wir jetzt hier noch reintun werden. Gut. So an sich ist das ja schon relativ gut sortiert. Ich glaub das kann ich hier auch noch in die Kiste tun, weil Holz haben wir ja so an sich ganz schön viel. Spinnenauge kann noch in die Truhe. Das brauch ich jetzt auch nicht unbedingt. Ja. Genau. Hätten wir das erstmal. Die schnapp ich mir schon mal raus. Und esse die mir. Weil dann haben wir auf jeden Fall gleich wieder volles Leben. Und dann geh ich jetzt erstmal schlafen. Auf einen neuen Tag. Und wieder wach. Alles klar. So, jetzt würde ich mal ganz kurz noch ein bisschen... Moment, haben wir eine dabei? Natürlich nicht. Ne, Moment. Ich mach was anderes zuerst. Wir nehmen uns hier ein paar Steine. Holz haben wir. Bauen uns ein paar Spitzhacken. Ich möchte nämlich jetzt die Mine erkunden, die wir da gesehen haben. Gucken, ob wir da Eisen kriegen. Weil Eisen ist so ein Rohstoff... Oh, jetzt hab ich einen Fehler gemacht. Eisen ist ein Rohstoff, den wir nicht so viel haben. Und das darf auf keinen Fall sein, weil mit Eisen Equipment sind wir natürlich deutlich schneller und deutlich effizienter dabei. Und deswegen machen wir uns das jetzt. So, drei Spitzhacken haben wir dabei. Setz ich mir hier einmal unten rein. So. Und dann gucken wir mal, dass wir die schnellstmöglich wiederfinden. Die war meine ich... Oh, Schaf. Komm her. Wie gesagt, also die kommen echt zu mir, die Schafe. Das ist unglaublich. Was? Wollt ihr mich trollen? Komm her. Das ist ja unglaublich. Die kriegen ja sofort wieder Neues. Ha. Naja. Oh, hier hab ich wohl ein bisschen nachlässig gearbeitet. Den baue ich noch schnell ab. So. Und weg mit dir. Guck ich mal ganz kurz, ob ich das noch wiederfinde. So weit war es ja jetzt nicht entfernt. Wir haben uns ja bis jetzt immer relativ in unserem Gebiet aufgehalten. Genau, da ist es. Gut. Denke ich kann ich wiederfinden. Ich baue allerdings hier ein paar Bäume noch weg. Dass wir hier ein bisschen Sicht haben. Die Axt ist sowieso jetzt am Arsch. Aber wir haben noch eine. Dann verbrauchen wir die auch noch kurz. Machen uns hier ein bisschen Luft. Weil ich will wirklich nicht unser Home verlieren. Dass wir nachher nicht mehr dahin wissen. Weil ich bin, was die Koordination angeht, manchmal ein bisschen eine Pfeife. So. Hier haben wir noch einen relativ großen Baum. Ich find's schade halt nur, dass hier nur Birke wächst. Das ist sehr, sehr schade. Wir müssen uns später mal auf die Suche machen nach anderen Baumarten. Oh, jetzt hängt es wieder ein bisschen an. Scheint, dass der Speicher wieder voll ist. Ich guck gleich mal. Solange das hier noch sich so in Maßen hält, ist das noch okay. Und ich würde sagen, die Höhle machen wir in einem anderen Part. Ich mach dann jetzt hier einen Cut. Und wir sehen uns dann im nächsten Part und erkunden dann diese Höhle nach Rohstoffen. Wird auf jeden Fall eine spannende Angelegenheit. Mal sehen, was wir so alles kriegen. Und ich wünsche euch noch viel Spaß heute. Und bis zum nächsten Mal bei Let's Build Hogwarts. Bis zum nächsten Mal bei Let's.